ja hallo liebe deutsche freunde ich vermisse euch sehr aber ich habe ein kleines geschenkchen für euch und zwar frank schmidt aus den coverband belmondo hat mir e-mailt oder e-mailt und fragt ob ich überhaupt eine idee habe für eine upload version von mid 18 ja ich habe drei ideen und zwar der erste vielleicht in den nach den style von bob dillen mit ersten in brandisch in düsseldorf und singen in rock'n'roll meine mutter sag mir marius was machst du mit dieser rock'n'roll scheisse hör auf damit du verdienst nichts an den blödheit und wichserei ja bob dillen in den moderne style uh next um vielleicht johnny cash nach den art von rick rubin ratten mit ersten in brandisch in düsseldorf und singen in der rock'n'roll band mein mutter darf ich immer kommen sag mir marius musst du etwas serios machen diese rock'n'roll dringt nix aber bestens für mich das funktioniert ganz toll für dich ist in ein bluegrass ich freue mich auf die ergebnis viel Glück, andere Frage war was ist meine aktuelle Lieblings-Marius-Song Antwort dazu, Schweigen ist feiger Danke Bis gleich, ne? Tschüss